Rüstung hier unten, okay Da ist nichts mehr Da haben wir Medipack, brauchen wir auch nicht, sonst Moment Okay, hier hoch Na, wo will ich denn? So, hier Überlimit erreicht So, nehmen wir mit Nehmen wir alles mit Okay, 8-4 Da lag also noch was drin, Junge, Junge, das ist ja Wie damals, weil wir sind Evil 4 Wenn wir mal nachgucken, oder wie bei Dead Space Da könnte ja immer irgendwo noch Irgendwas sein, ja, überall haben wir Medipack Das ist schon mal nicht schlecht Aber das brauchen wir nicht Patient Massakriert Ganz Anstalt Ganz Anstalt Wow, okay Krasses Herd Guck mal, eine Riesenbüroklammer Eine Riesenbüroklammer, ne Ja, okay Das haben wir jetzt, ja Wir haben das Ding jetzt hochgefahren Müssen wir jetzt wieder nach oben, denk ich mal Schau mal mal Geh mal weg da Oh, lo, 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 so Was Was Okay Okay Nehmen wir den Reich Und hoch Dürüde DUTE 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 Ne... Jop, satt denn mal mit... Was mach ich denn hier oben? wie komme ich denn jetzt wieder zurück 100 schön auch mal die um die alle mit der knarre alter fett die das was ich dann noch nie ja Keine Chance, Mann! Oh, da hinten in dem Turm ist auch einer drin. Komme ich denn da am besten hin, ohne dass der mich sieht? Welche Richtung guckt der wohl? Oh, das brauchen wir nicht. Ich fang gar nicht erst an, mein lieber Freund und Schnürchenstricke. So, da hinten ist auch noch einer. Schnell rüber hier. Geh über Medipack. Was? Was zum Scheiß, Gehörter? Wow! Mist! Was zum Geier? Ah, eh! Geh kaputt, oh? Boah! Ah! Was ist hier kaputt? Denke nicht! Das habe ich dir mal ganz schnell abgenommen jetzt. Wo, 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 wo! Ah! Ich fang wieder auf und holt! Wo holt die denn die Digger immer weg? Und wo, 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 wo! nein scheiße okay da bin ich wohl ein bisschen zu forsch angegangen ja da kommt man in der manfred danke Das war Böja in Geokont. ruhig mal darf für die luft anhalten ja halt die luft an oder kann ich mir jetzt schön die klappe halten ein kleiner feuchter gartenzwerg wo warte 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 der guckt aber genau hier rüber scheiße schade was mach ich denn jetzt Was? I don't know! Yeah, come on! We don't know how to get on him over here! Next side, that's why Na dann mal noch! Was? Wo? Ah! Ich hab doch... Looooool! Ja, schieß gegen die Wand, du bist doch schlau. Ja, wieder rein. Ja, das war gut, das hab ich gebraucht, das ist geil. Jawoll! Mun, Alter! So, er nimmt mal 86, 86, ne, brauchen wir nicht jetzt, haben wir, oh, schön muckelig warm erstmal, oh, geil. Blinkt und blitzelt, ja, das nehmen wir, ach, scheiße, das wollte ich doch nicht mitnehmen jetzt, hä! Boah! Ja, ja. Tja, jetzt hat er die Ahnung tot. Oh, Blazkowitsch, ich liebe deinen Sarkasmus. Alles mitnehmen, ne, brauchen wir nicht. La, 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 la. Oh, schön warm, wenn euch nicht so nah herankommt, sonst verbrennen wir uns noch nicht. Oh, lecker Eintopf, ey! Oh, ich hatte jetzt voll Bock auf so ne Dosen Würstchen. Ne, ich würde mir doch lieber hier den Teller rein mit Speck und Nudeln und Zwiebeln. Oh, ich glaube jetzt gleich erstmal frühstücken, ey. Ne, kann man nichts machen. Ne, kann man nichts machen. Kann man auch nichts mit tätigen? Ah, ne, das ist... Ne, das ist merkwürdig. Oh, da liegt was. Ne, das hätte ich vielleicht liegen lassen sollen. Ja, also ich gehe mal, ich muss mal nach oben, ich muss mal gucken, ob hier oben irgendwas ist, was war... Ne Leiter. Wie? Irgendwas müssen wir doch hier auslösen können, damit wir... Ich krieg die Gänsehaut, warum auch immer. Ich hab' ein bisschen kalt hier. Ich hab' ein Strickjäckchen anziehen, hier. Ich könnte auch die Heizung aufdrehen. Ne? Hier geht's keine Leiter nach oben. Okay. Höchst nach unten. Das Ding geht jetzt mal zu. Hier oben war ja nichts, muss ich ja wieder runter. Merkwürdig, merkwürdig das Ganze. Oh! Oh! Den hab' ich gar nicht eingesammelt vollen. Schirichan, krasses Pferd. So, was mach' ich jetzt? Ich hab' doch M. Ausrufezeichen. Also, ich muss in diese Richtung laufen. Wie weit hab' ich Fragezeichen? Ach, Mann. Ja. 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 Das ist aber merkwürdig jetzt. Oh, wird gespeichert. Okay. Ach so. Ja, das doch gleich. Ach du Scheiße. Ah! Oh mein Gott, wie mach' ich die denn jetzt fertig, ey? Ah! 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 komm' ich nicht lang. Ich hab' dich nicht lang. weil er immer sofort los miss da wo weiß wie könnt ihr uns die ganze zeit sehen lol selbst durch das gebüsch ich muss ja irgendwie jetzt an irgendein gescheiß geschützt reinkommen so